Hallo liebe Travianer, ich bin Gerhard Müller und für die Entwicklung von Travian zuständig. Eigentlich schon ziemlich lange, also 2004 hatte ich schon angefangen mit der ersten Travian-Version und jetzt bin ich auch für Travian 5 wieder verantwortlich. Mit dem Travian-Treffen neulich haben wir mit einer Videoreihe begonnen, wo wir uns ein bisschen vorstellen wollen. Zum einen werde ich euch etwas über Travian 5 erzählen. Dann haben wir noch einen Videobeitrag über unser Travian 5 Team, was die einzelnen Teammitglieder so machen, dass ihre Aufgaben sind, wie ihr Arbeitsalltag ausschaut. In einem der Videos wird es dann das Travian-Treffen geben. Wir hatten jetzt neulich den 9. Travian-Geburtstag. Nächstes Jahr wird es dann sogar schon das 10. werden. Ich bin mir auch sicher, dass wir bis dahin dann auch Travian 5 schon veröffentlicht haben werden. Und ich werde euch jetzt gleich auch noch einiges zu Travian 5 erzählen. Also bei Travian 5 bin ich jetzt auch als Game Designer wieder tätig. Ich war jetzt ein paar Jahre nicht so aktiv, aber irgendwann hat es mich doch wieder gejuckt, einzusteigen und ja, jetzt bin ich hier bei Travian 5 als Game Designer.